Seid gegrüßt! Wir sind der Aktorianische Rat. Wir sind erfreut, uns mit Euch allen zu verbinden. Wir sind durchaus in der Lage, das loszulassen, von dem wir spüren, dass es uns nicht mehr dient. Wir hatten Perspektiven, Ideen und Gedanken, die wir an bestimmten Punkten unserer Entwicklung loslassen mussten, weil wir spürten, wie sehr sie uns zurückhielten und uns belasteten. Wir möchten, dass Ihr alle wisst, dass es nicht Eure Schuld ist, wenn Ihr einen Gedanken denkt, der Euch belastet, beunruhigt oder sogar verstört. Ihr wurdet in dieses System hineingeboren, in dem diese Gedanken und Gedankenformen, diese Gedankengänge und Gedankenströme schon vor Eurer Ankunft existierten. Wenn ein Baby in einen Raum hineingeboren wird, in dem geraucht wird, würdet Ihr es nicht dafür verantwortlich machen, dass es den Passivrauch eingeatmet hat. Und doch fühlt Ihr Euch wegen Eurer Gedanken oft schlecht. Aber Eure Gedanken stammen nicht aus Eurem Kopf. Euer Gehirn nimmt die Energie dieses Gedankens auf und interpretiert sie. Und Ihr werdet Euch dessen in Eurem Bewusstsein bewusst und dann müsst Ihr entscheiden, ob Ihr diesen Gedanken weiterdenken wollt, ob Ihr diesen Gedankengang weiterverfolgen wollt, oder ob er sich für Euch nicht richtig anfühlt und Ihr ihn loslassen wollt. Das sind Entscheidungen, die Ihr immer wieder auf der Erde treffen müsst, aufgrund der Energien, die bei Eurer Geburt vorhanden waren und die auch jetzt noch vorhanden sind. Und wir möchten Euch allen nur sagen, dass es noch nie so einfach war wie jetzt, Eure Meinung zu ändern. Es war noch nie so einfach wie jetzt auf der Erde, sich auf Gedanken einzustellen, die Euch und der Menschheit in einem viel größeren Ausmaß dienen werden, als die, die Ihr bisher gedacht habt und weiterhin denkt. Bewusstheit ist der Schlüssel, denn wenn Ihr Euch Eurer Gedanken bewusst seid, könnt Ihr sie loslassen. Und wenn Ihr einen Gedanken mit niedrigerer Schwingung loslasst, könnt Ihr zu der Schwingung gelangen, die in Euch existiert und die diesen Gedanken erst zu Euch hingezogen hat. Sie kommen nicht einfach zufällig zu Euch, aber natürlich wurdet Ihr in der Nähe bestimmter Menschen geboren, und diese Menschen haben Gedanken gedacht. Und diese Gedanken wurden für Euch leichter zu empfangen und als Eure eigenen zu betrachten. Und dann, an einem bestimmten Punkt, erkennt Ihr hoffentlich, dass Ihr eine Wahl habt und dass Ihr Euch nicht entscheiden müsst, so zu denken wie diejenigen, die Euch aufgezogen haben. Ihr könnt anders denken und Ihr könnt das suchen, was aus Eurer Sicht und aus der Sicht des gesamten menschlichen Kollektivs, zu dem Ihr gehört, ein Fortschritt ist. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um darauf zu achten, was Ihr denkt, ob Ihr diese Gedanken weiterdenken wollt, und dann bewusst und gewahr genug zu sein, wie Ihr es ganz sicher seid, um diese Gedanken loszulassen. Das ist es, was wir empfehlen. Lasst sie los und fühlt, was hinter Ihnen steckt. Spürt die Schwingung, atmet in sie hinein. Wenn die Schwingung sich nicht gut anfühlt, lasst sie los, indem Ihr Euch bewusst macht, wie sie sich anfühlt, und Ihr werdet Euch in eine bessere Position versetzen, um auf Gedanken zuzugreifen, die sich für Euch besser anfühlen, Gedanken, die an sich besser sind, weil sie mit einer höheren Frequenz schwingen. Und das ist ein einfacher Weg, um Euer Leben und Eure Welt zu verändern. Wir sind der Arktorianische Rat, und es war uns ein Vergnügen, mit Euch in Verbindung zu treten. Und das ist ein Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020